Hallo, heute drehe ich meinen Monatsrückblick für April. Ich habe lange überlegt, eigentlich seit meinem ersten Video, dem Neuzugänge-Video, ob ich es wirklich machen soll. Ich dachte, zuerst ist es zu spät, mittlerweile haben wir Ende Mai. Dann dachte ich mir, Bücher haben kein Verfallsdatum. Ich drehe es einfach ab. Es war auch ein sehr erfolgreicher Lesemonat. Ich habe insgesamt neun Bücher gelesen im April und fange jetzt einfach direkt mal an. Und ich hoffe auch, dass die Qualität bei diesem Video besser ist. Ich hoffe es, wir werden es sehen. Das erste Buch, was ich im April beendet hatte, war von Tony Jordan, Tausend kleine Schritte, im PIPA-Verlag erschienen. Es geht um Grace, die ihrem Beruf als Grundschullehrerin nicht mehr nachgehen kann, weil sie eine Zwangsneurose hat, hat sie auch seit ihrer Kindheit. Sie muss alles zählen. Sie zählt Schritte, sie zählt die Buchstaben in Namen, sie zählt die Streusel auf ihrem Kuchen, die Borsten auf der Zahnbürste. Sie zählt wirklich alles. Das ist das, was ihr in ihrem Leben Halt gibt. Und da sie nicht mehr arbeiten kann, hat sie sich ihren Alltag eingerichtet, so wie sie sich wohlfühlt, sprich, alles dreht sich um Zahlen. Ist alles gut durchorganisiert und berechnet. Dann eines Tages lernt sie einen Mann kennen und der bringt ihre Welt der Zahlen sowieso sozusagen komplett durcheinander. Es ist eine sehr schön geschriebene Geschichte. Trotz der Ernsthaftigkeit des Themas Zwangsneurose, finde ich, hat es Tony Jordan sehr, sehr gut verstanden, die Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Humor zu halten. Die Protagonistin Grace gibt manchmal freche und schlagfertige Antworten, die einen auch zum Lachen bringen. Letztendlich fragt man sich, wenn man das Buch durchgelesen hat, was ist normal? Wer definiert normal? Ist eine Therapie wirklich immer notwendig oder wünschenswert? Oder sind es vielleicht kleine harmlose Macken, die das Leben bereichern? Eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Das nächste Buch, was ich gelesen hatte, war von Martin Sutter, Lila Lila, im Diogenes Verlag erschienen. Hier geht es um David, der in einer Bar kellnert und sich in eine junge Frau namens Marie verliebt. Eines Tages findet er in einer Schublade, in einem Möbelstück, was er gebraucht, gekauft hat, ein Manuskript für einen Roman. Eigentlich nur, um Maries Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und sie ein bisschen besser kennenzulernen und sie rumzukriegen, gibt er ihr das Manuskript und gibt sich als den Schriftsteller aus. Doch bei dieser Sache bleibt es nicht. Die Geschehnisse nehmen ihren Lauf, alles verstrickt sich immer weiter. Und es gibt eine Person, die mehr über diesen Identitätsclown, diesen geistigen Diebstahl weiß und es verstrickt sich immer mehr. Sehr viel mehr will ich gar nicht darüber sagen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Ich fand es sehr, sehr gut. Danach habe ich gelesen von Philip Roth, Der menschliche Makel, im Rowold Verlag erschienen. Das ist keine reine Unterhaltungslektüre. Es ist schon etwas anspruchsvoller. Ich habe mit diesem Buch auch im März, glaube ich, begonnen und erst im April konnte ich es beenden, weil es einfach seine Zeit braucht, wie ich finde. Das ist kein Buch, was man einfach mal so schnell durchlesen kann. Hier geht es um Coleman Silk, einen emeritierten Uniprofessor und Dekan, der seinerzeit eine großartige Karriere hingelegt hat. Ein sehr geschätzter, geachteter, beliebter Mann. Eines Tages lässt er einen eigentlich ziemlich harmlosen Satz in seiner Vorlesung fallen, der aber seine Reputation und seine Karriere kostet, denn ihm wird Rassismus vorgeworfen. Von da an lebt er recht zurückgezogen. Er scheint manchmal frustriert, manchmal ist er wütend. Diese Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren ist, lässt ihn nicht los. Teilweise wirkt er der Umgebung gegenüber gleichgültig, aber diese Vorkommnisse lassen ihn einfach nicht los. Nach und nach erfahren wir auch von Colmans Geheimnissen, denn für seine grandiose Karriere hat er einiges aufgeopfert und einiges verleugnet, seine Identität, seine Herkunft und so weiter. Ein sehr schönes, tiefgründiges Buch über aufgesetzte Moral, Machtkämpfe, Neid, Scheinheiligkeit und der daraus resultierenden Zerstörung. Das nächste Buch war von Marion Brasch, Wunderlich fährt nach Norden, im Fischer Verlag erschienen. Hier geht es um Wunderlich, der von seiner Freundin verlassen wird und Liebeskummer hat. Eines Tages bekommt er eine Nachricht, eine SMS von Anonym. Anonym weiß man nicht genau, wer das ist, aber er scheint auf jeden Fall Wunderlichs Gedanken lesen zu können und überhaupt wie ein Orakel über alles und jeden Bescheid zu wissen. Und eines Tages entscheidet sich Wunderlich, gemeinsam mit Anonym eine Reise anzutreten, um einfach etwas gegen den Liebeskummer zu unternehmen und fährt Richtung Norden mit dem Zug. Und in einer Kleinstadt machen sie Halt. Dort lernt er viele unterschiedliche Menschen kennen. Teilweise passieren magische oder auch merkwürdige und seltsame Sachen. Ja, ich fand es jetzt nicht so super hervorragend, aber es ist nicht schlecht. Es ist eine gute Unterhaltungsliteratur, insbesondere wenn man einfach so ein bisschen merkwürdige, ja, leicht magische Sachen, die etwas unrealistisch sind mag. Es ist eine gute Sonntagslektüre, sag ich mal. Danach kam dran Rebecca James mit Die Wahrheit über Alice. Das ist erschienen im Wunderlich Verlag. Wunderlich, wunderlich. Hier geht es um Catherine, die sehr zurückgezogen lebt und kaum Kontakte pflegt und auch auf der Schule eher eine Einzelgängerin ist. Eines Tages freundet sie sich mit Alice an, einem der beliebtesten Mädchen auf der Schule, was sie anfangs auch sehr verwundert, aber es entwickelt sich eine sehr innige und feste Freundschaft. Catherine hat ein Geheimnis, was sie mit sich herumträgt, was sie auch sehr fertig macht, was sie sehr beschäftigt. Und Alice erfährt irgendwann davon und ja, es stellt sich eben immer mehr heraus, dass Alice nicht die Freundin ist oder nicht die Sorte Mensch ist, für die Catherine sie gehalten hat. Ein sehr gutes Buch. Das nächste Buch war von Bradley Somer, der Tag, an dem der Goldfisch aus dem 27. Stock fiel. Wie der Titel verrät, fällt ein Goldfisch aus dem 27. Stock und während er so runterfällt, werden die Geschichten erzählt, die sich hinter den Fenstern in den Wohnungen abspielen. Ich finde, das hatte ich auch bei diesem Tag-Video erzählt, eine tolle Grundidee, aus der man meiner Meinung nach mehr hätte rausholen können, aber die Geschichten sind teilweise wirklich sehr gut. Aber es konnte mich nicht zu 100% überzeugen. Aber es ist kein schlechtes Buch, das könnte ich jetzt wirklich nicht behaupten. Danach habe ich gelesen von Patrick Modiano im Café der verlorenen Jugend. Es spielt in Paris der 60er Jahre. Es geht um Luki, eine Frau, eine junge Frau, die gesucht wird, die eine etwas vernachlässigte Kindheit hatte, irgendwann heiratet und kurze Zeit später ihren Mann verlässt, der sich dann auf die Suche begeben möchte nach ihr und dafür jemanden anheuert, der ihren Spuren folgen soll. Ich fand die Geschichte ganz unterhaltsam. Es ist schön geschrieben, eine schöne Sprache, eine schöne Atmosphäre. Danach kam dran, David von Kinos mit größter anzunehmender Glücksfall im DTV-Verlag erschienen. Ich wage von Kinos sowieso unheimlich gerne und in diesem Buch geht es um Jean-Jacques und Claire. Ein Ehepaar, dem es in der Ehe einfach an Spannung, an Abwechslung fehlt. Der Alltag hat sie eingeholt und es ist alles relativ eintönig geworden. Und dann entstehen natürlich Versuchungen, eine Affäre zu beginnen. Trennt man sich, trennt man sich nicht? Liebt man, liebt man nicht? Wen liebt man und so weiter? Sehr französisch, sehr schön, sehr ironisch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das letzte Buch ist von Ferdinand von Chirach, der Fall Collini, erschienen im Pipa-Verlag. Hier geht es um einen Mordfall. Der junge Anwalt Leinen übernimmt die Pflichtverteidigung, denn er sieht es auch als große Karrierechance. Der Angeklagte allerdings will keine Motive preisgeben. Er möchte eigentlich gar nicht über diesen Mordfall reden. Gleichzeitig erfährt Leinen, wer das Mordopfer war in Wirklichkeit. Und hat dann auch privat einen Bezug zu dieser Person, was es ihm etwas schwierig macht und er steckt ein bisschen im Zwiespalt. Geht der Sache dann aber doch nach, insbesondere auf eigene Faust, weil der Angeklagte eben nicht reden möchte. Und das Ende ist wirklich berührend. Also das ganze Buch ist sehr fesselnd, das ist sehr spannend. Und das Ende ist sehr unerwartet. Eine große Überraschung, wie ich fand. Und ja, berührend. Hat ja auch nachdenklich gemacht. Sehr gelungenes Buch. Das waren meine Bücher, die ich im April gelesen habe. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr auch eins, zwei oder mehrere Bücher von den hier Vorgestellten gelesen habt, wie ihr sie gefunden habt. Würde mich sehr interessieren. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Tschüss!